Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück bei einem kleinen Update-Vlog, wirklich nur ein ganz kleines, weil es hat sich nicht wirklich viel getan. Am 23. kriegen wir wieder irgendeine Art von Anschluss, dann kann quasi der Anbieter, wo ich hin will, sagen, ah, okay, da liegt ja eine Leitung, ja, da können wir uns reinschalten, hoffentlich. Ansonsten war es das eigentlich schon gewesen. Ich hoffe, dass ich bis Ende dieser Woche, also bis Ende der kommenden Woche, also wenn ihr das seht, ist ja Sonntag, also dann in der Woche morgen, also ja doch, morgen, dass ich Ende dieser Woche dann wieder Internet habe. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Also ich, wirklich, ich brauche unbedingt wieder Internet. Es ist furchtbar. Ich meine, gut, ich lese jetzt trotzdem weiter in meine Bücher, aber egal. Alles andere schreibe ich dann immer sonntags in den Diskussionsreiter von meinem Kanal und da könnt ihr quasi auch nochmal alles nachlesen, was bis dato war. Und ich hoffe, ihr haltet es noch ein bisschen aus. Es ist eine furchtbare Zeit momentan, zumindest was den Kanal angeht. Sorry dafür. Trotzdem danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Abonnieren, Liken, Kommentieren. Wir sehen uns, ich hoffe bald wieder. Bis dahin. Ciao.